Also wir haben 2015 das komplette Kino bis auf die Rohbauwände in Kernt und hatten da wirklich einen sehr sehr großen Plan. Wir haben nicht nur einfach umgebaut, sondern wir hatten vorher zwei Kinosäle, einen sehr kleinen Kinosaal und einen sehr sehr großen Kinosaal mit insgesamt 430 Plätzen. Und der war gar nicht mehr so stark ausgelastet, wie das früher mal der Fall war. Und dann haben wir uns überlegt, den Saal in zwei Säle zu trennen und daraus zwei komplett neue Säle zu machen. Und dadurch ist unser Filmangebot natürlich massiv angewachsen durch einen weiteren Saal. Und wir haben tatsächlich mehr Besucher gemacht. Also unsere Kalkulationen, die wir hatten, die sind voll aufgegangen. Wir haben ein deutliches Besucherplus seit 2015, haben ein viel vielfältigeres Angebot von mehr Originalversionen, die vorher sehr sehr schwierig waren unterzubekommen, was an den Filmverträgen lag, aber auch einfach mehr Vielfalt. Uns war es wichtig, dass wir ein individuelles und schönes Kinoerlebnis hier bieten können, dass wir einfach nicht nur alles in schwarz halten und dass das einfach nur eine Abspielstätte ist. Wir wollten Kino mit Charakter haben und unser Konzept ist voll aufgegangen. Wir sind mehrmals im Jahr sind wir auf Messen tatsächlich, wo wir uns die Filme im Vorfeld schon teilweise anschauen können, aber auch einfach Trailer schauen, wo es dann Leute von den Filmverleihern da sind, also denjenigen, die die Filme rausbringen, die uns was dazu erzählen. Und da geht man natürlich nicht nur nach persönlichem Gusto, was einem gefällt, sondern es geht tatsächlich um die Zielgruppen. Man schaut, wer interessiert sich für so einen Film, wie viele Leute interessieren sich für so einen Film. Das ist so das Wichtigste. Das heißt, da wird dann einfach geschaut. Direkt am Anfang des Jahres werden schon die sogenannten Tenpoles, das sind quasi die Zeltstangen, die großen Filme des Jahres, wo man sich dran langhangelt, die werden schon festgelegt und dann wird nach und nach geschaut, wie man dazwischen weitere Filme positioniert. Weil, was viele Leute nicht wissen, wenn wir uns dazu entscheiden, einen Film zu zeigen, dann sind wir vertraglich verpflichtet, diesen Film für mindestens vier Wochen auszuwerten. Das heißt, wir müssen ihn mindestens vier Wochen zeigen und das dann in jeder Vorstellung in einem Saal. Das beginnt dann um 14 Uhr, um 17 Uhr, um 20 Uhr und auch um 23.15 Uhr müssen wir diesen Film zeigen. Und das bedeutet, das ist nicht einfach, dass man ein bisschen jonglieren kann und sagen kann, man nimmt den, man nimmt den, sondern es geht tatsächlich auch darum, welcher Film passt denn wohin. Das ist eine große Sortierarbeit und so wird bei uns geschaut, wie wir die Filme bei uns ins Programm reinbekommen. Der Lockdown kam ja nicht unbedingt überraschend. Trotzdem muss man sagen, dass wir sehr erschrocken waren, als es dann tatsächlich soweit war und wir mitten im Betrieb auch unsere Türen geschlossen haben. Und man steht erstmal vor einem sehr großen Loch und weiß, wie jeder andere auch, man weiß gar nicht, was passiert denn jetzt. Man ist für so eine Situation weder vorbereitet noch trainiert. Und wir mussten uns da sehr neu erfinden in dieser Zeit. Also von einem Tag auf den anderen hatten wir keine Besucher mehr. Das Kino war leer. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten zu Hause bleiben. Und tatsächlich haben wir dann erstmal geschaut, wie können wir es schaffen, dieses Unternehmen auf Kurs zu halten in einer Zeit, wo keine Einnahmen da sind. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns sehr kreativ in der Zeit des Lockdowns halt auch einfach betätigt haben. Das hatte, die unterschiedlichsten Sachen sind dabei rumgekommen. Zum einen haben wir mit den Veranstaltern von Bonn Live zusammengearbeitet, haben für die Popcorn gekocht, haben dort dann bei den Autokonzerten, die hier in Bonn stattgefunden haben, unser Popcorn angeboten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben eine eigene T-Shirt-Kollektion rausgebracht. Gemeinsam mit dem Modelabel Rednip haben wir T-Shirts rausgebracht. Die haben auch die Leute hier in Bonn sehr, sehr gerne gekauft. Die sind wahnsinnig schnell ausverkauft gewesen. Aber auch das waren einfach Sachen, die wir gemacht haben, um überhaupt auch an Einnahmen reinzukommen in so einer Zeit. Und wir waren sehr präsent in den sozialen Medien in dieser Zeit. Es war einfach sehr, sehr wichtig in einer Zeit, wo man für die Kundinnen und Kunden nicht da sein konnte, einfach eine Präsenz zu zeigen und den Leuten auch zu zeigen, wir sind für euch da und wir kümmern uns um euch. Und das haben wir dann über die sozialen Medien getan. Und das kam auch sehr gut an. Wir haben, bevor wir eröffnet haben, bei der Stadt ein individuelles Hygienekonzept eingereicht. Das heißt, wir haben auch der Stadt ganz genau gezeigt, wie sieht es in unserem Gebäude aus. Was haben wir hier vor, wenn wir wieder öffnen? Was sind unsere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus? Und das ist bei der Stadt sehr gut angekommen, weil wir das sehr, sehr detailliert gemacht haben. Und was viele Menschen nicht wissen, es ist tatsächlich so, es gibt für die Kinos so einen ganz generellen Corona-Plan. Das bedeutet einfach, wenn man kein individuelles Konzept einreicht, dann gelten die generellen Regelungen. Wenn man aber mehr garantieren kann und mehr Sicherheit bieten kann, dann kann man auch etwas freier in der Gestaltung des Kinos sein. Das haben wir, wie gesagt, eingereicht und konnten dann auch da einfach etwas freier sein. Trotzdem sind es für uns massive Einschränkungen. Wir haben uns dazu entschieden, auf freiwilliger Basis einen Sicherheitsabstand von zwei Plätzen nach jeder Partei einzurichten. Im kompletten Haus ist Mundschutzpflicht bis auf den Platz, wo man sich hinsetzt. Dort kann man dann auch ohne Mundschutz sitzen. Wir haben überall Hygienespender, Desinfektionsmittel etc. Das ist alles da. Die Kundinnen und Kunden müssen sich registrieren, wenn sie bei uns ins Kino gehen. Das passiert entweder online oder direkt bei uns im Foyer. Und wir arbeiten mit viel mehr Personalaufwand. Das Wookie wird es definitiv noch in zehn Jahren geben, denn das Wookie wird so lange gehen, wie Leute Interesse daran haben, ein Gemeinschaftserlebnis zu haben. Kino ist nach wie vor was anderes als Fernsehen oder Streaming, denn Kino ist ein Erlebnis. Kino ist auch meistens eingebettet in ein Gesamtkonzept vom Abend, wo man vorher vielleicht was essen geht oder danach noch was trinken geht. Und vor allem, man trifft sich mit Freunden und verbringt gemeinsam eine schöne Zeit. Und solange das nach wie vor noch im Interesse der Menschen ist, wird es auch das Wookie weiterhin geben.